Emnichow ist eine Gemeinde im Okrescheb, Tschechien, sie befindet sich 10 Kilometer nordöstlich von Marianske-Lassne. Geschichte Am 10. Juli 1437 wurde der Ort zur Stadt erhoben, Jost von Einsiedel, Herr der Burg Tejow und 1460 der Grundherrschaft Pyrglitz und Koslan, königlich-böhmischer Geheimsekretär des Georg von Podiprat, später zum Ritter geschlagen, Landrichter von Prag, nach 1474 verstorben, dessen Sohn Heinrich nannte sich als erster Tejowski von Einsiedel. 1549 starb der Ort durch die Pest fast vollständig aus und musste neu besiedelt werden. 1637 erhielt die Stadt die Gerichtsbarkeit. 1727 hat Karl VI. einen Handelsweg von Eger nach Prag durch Einsiedel angeordnet. Die Eigentümer der Kohlengrube in Einsiedel Johann Dietl, Johann Hüttner und Johann Schreier kauften 1834 die Porzellanfabrik in Chodow. Einsiedel gehörte vor 1848 zur Grundherrschaft der Stift Teppel ab 1850 zum Gerichtsbezirk Teppel und kam 1888 zum Gerichtsbezirk Marienbad. Wirtschaftliche Entwicklung Bereits im Mittelalter wurde im Ort Bier gebraut. Daneben gab es etliche Mühlen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gab es im Ort eine Bierbrauerei, ein Sägewerk und Spielwarenerzeugung. 1945 und 1946 wurden die deutschsprachigen Bewohner des Ortes im Zuge der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei enteignet und zum Verlassen des Ortes gezwungen. Ein Siedel wechselte den Ortsnamen und lag im Bereich der Grenzbefestigungen der Tschechoslowakei im Kalten Krieg. Demografische Daten Einwohner 1856 1939 2001 Sohn des Ortes Gustav Zeidler Deutscher Kommunalpolitiker in Marienbad Ehrenbürger von Einsiedel Gemeindegliederung Die Gemeinde Emnichow besteht aus den Ortsteilen Emnichow, Rajow und Zitani, die zugleich Katastrophalbezirke bilden. Sehenswürdigkeiten Kirche des Heiligen Peter und Paul Erbaut 1725 Klosterschule der Schwestern von Notre-Dame Früher Mädcheninternat aus dem Jahr 1856 heute renoviert und als Kinderheim verwendet. Kirche Himmelfahrt der Jungfrau Maria in Zitani Kirche der Heiligen Johannes und Paul in Rajow Bilder